User joined your channel. Servus. Moin. Ist ein Cut am Starten. Und wie ist Wetter auf Malle gewesen? Voll. Wir sind bei, ich glaube, 26 Grad oder was immer angekommen, hatten dann zwei Tage, wo es nicht ganz so schön war und dann ging es wieder gut. So, ich bin zwischen den Zügen. Geheimgang. Gehst du vor? Ja, einer ist vorne durch. Wo vorne durch? Vorne am Geheimgang durch. Für dich. Achso. Ich bin im Geheimgang gekommen. Geheimgang. Muss halt Brücke mitgucken, ne? Jo. Das ist doch Zeit, ne? Das wird schmoren. Geheimgang. Wo ist es bei euch? Es ist gerade 9 oder 10 Uhr morgens. Ne, ich mein, äh, ich gehe im Teil nicht, dass ich bei euch reingekommen bin. In 1, 28, 24. Schade. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 mal reden ja bin gerade auf meinen eigenen Granaten gestorben so 5 Wände drauf ja wie heißt die RGP RGD also es haben wir 3 down ja ich war vorhin mit der Pistole drin bin an den Akena gestorben wenn da einer gelegen hat bzw. der war irgendwie im Pfosten drin ok also ganz seltsam also ich bin jetzt unter der Brücke muss das ist meine neue Position hier ok kann ich nämlich beide Seiten gucken ja kannst ja unter der Brücke auch durchgehen gell ja 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 ne ne ich mein durch die Brücke oben durch durchgletschen ok ok weiß ich verrate zu viele Sachen haha haha Um... Unter der Brücke ist einer. Auf der anderen Seite. Voll equipped. Ich habe den Richtung rausgeguckt. Ist down. Wo kommt der denn her? Guck mal Brücke oben. Ich höre hier die Geräusche, glaube ich. Da sind wir nicht sicher. Ich habe keinen auf der Brücke. Okay, ich würde sagen. Komm mal zu Mittelfort. Wir gucken uns die beiden an und ab. Es reicht. 4 Fuller Goods to down. Ich höre dich. Ja. Ich sehe dich aber nicht. Der klingt von dir. Okay. Guck mal da wo ich ihn. Siehst du diesen weißen Container der halb im Wasser ist? Ja. Dahinter liegt einer. Ja. Ich gehe rechts rum. Das ist ein wichtiger. Okay. Feinalli. Unter der Brücke. In der Mitte ungefähr. 2 AKs dabei. Toll. Der hat nur eine Defender Armor dabei. Sonst gar nichts. Ich dachte, der eine wollte ihm die Waffen geben. Die AK. Dieser Schlingel. Weißt du was ich meine? Mhm. Brauchst du eine Defender Armor? Ähm, ja. Ich würde sogar eine nehmen. Wenn du noch das hast. Hat er hier keine bei dir? Doch. Ich gehe gerade mal ein bisschen. Kannste gar nichts mitnehmen. Räumen. Das ist deine Schritte hier bei mir? Ja, 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 ja. Ich habe noch einen Schlingel. Ich habe noch einen Schlingel. Ich habe noch einen Schlingel. alsürdigart � día. So, das ist meine Sch drücke. Das ist alles weg. hier kommt der kam von Alpena über die Furt hier liegt der genau bei uns wir hauen wir ab ja ich möchte nicht bei Alpena gehen der Alpena ist sauber der Alpena wir sehen uns ein hier Okay. Das war's für heute. Okay, Kräne sehen sauber aus. Komm mal runter, stell mich am Durchgang aufs Auto. Ja. Wow! Granate! Was war das denn? Nein, das ist ein Spieler-Skev, zur anderen Seite. Nee, die habe ich geschmissen. Die hast du geschmissen? Nice. Äh, links höre ich einen Skev. Sicher, dass du die geschmissen hast? Ja. Animationen und alles. Ich habe nur keine Ahnung, wie ich die ausgelöst habe. Dicke Finger auf der Tastatur. Ich habe es da unten. Erstmal auf. Ich habe es da unten. Ich habe es da unten. Okay, ich kann es aufmachen. Okay. Wenn wir wieder rauskommen. Ja. Raus und dann links einen Gabelstapler. Nee. Ja, ich habe es da unten angehltet. Ja, das rein. Ah, lecker ist. Das ist weg, ich habe es da unten. www.marierunderd Bruyden. Echt? Oh, was man? Ausnah! Das ist weg, ich habe es da. Echt? Ah! Das ist weg, ich habe es da unten. Neue ist weg, ich habe es da unten. DRECKSAUCH Bein noch verbinden DRECKSAUCH 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 So muss das sein And bad for U6